Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, einige große Ankündigungen oder Möglichkeiten, die sich ergeben haben letztes Mal. Besonders auch was Yuna betrifft natürlich, den Vorschlag zur Hochzeit. Was daraus wird, keine Ahnung. Aber wir sollen erstmal unser Bissum. Yuna möchte anscheinend ihren Vater sehen. Ich denke mal, wie seit einem Bissum ist ja der Ort, wo diese Dinger vielleicht sind. Oder die Toten oder sowas. Oder zumindest diese Erinnerung von den Toten. Diese komischen Lichter, die für Fragmente von Toten gehalten werden. Wahrscheinlich auch welche sind. Wie auch immer. Und vielleicht kann sie so mit dem Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich mich das vorstellen muss. Wir werden es gleich bestimmt herausfinden. Halt! Boah, ist die gut versteckt. Aber ich hab sie gesehen. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt mit dem... Ich hoffe immer, dass Bruderherz irgendwie durch die Story aufgewertet wird. Weil ich kann es nicht von mir auswerten. Aufwerten, was ich eigentlich ganz schön fände. Aber ich könnte vielleicht mal gucken, bei den neuen Waffen, die ich für die anderen gekauft habe. Wo ich gesagt habe, da habe ich extra Platz drin. Vielleicht mal zum Ausprobieren. Die von Oran. Weil die war eigentlich ganz gut. Äh. Ist die ganz unten, weil sie ganz neu ist? Ja. Okay. So, man könnte jetzt was reinbauen. Addiert Kraftzettel zu Angriff und Tags. Was ist ein Kraftzettel? Also, aufgrund der Technik hätte ich jetzt vermutet, dass wir... Ja, ich schätze das... Okay, ich denke, das ist cool, dass das Zettel heißt. Aber das heißt einfach, dass wir... sozusagen automatisch immer einen Ability-Schlag machen. Also immer einen Ability-Heap, um... gegnerisches Wehren in Ability-Sphéroiden umzuwandeln, oder? Schätze ich jetzt mal so. Also, ich könnte ihm jetzt... im Grunde 3% Mehrungskraft geben, was für Oran eigentlich ganz geil wäre. Was muss ich dafür ausgeben? Kraftzettel, die habe ich genug. Machen wir das doch mal. Nice. Ich frage mich, ob es Upgrades gibt, die wir noch freischalten. Weil ich wundere mich gerade, dass wir die 5% Upgrades nicht haben. Aber vielleicht haben wir sie deswegen nicht, weil sie schon drin sind. Das würde heißen, es gibt nur einen 3er und 5%er. Das müsste ich am besten mal mit einer Waffe testen, die noch keinen Angriff plus 5% hat. Hier zum Beispiel. Hier mal kurz gucken. Ne. Also entweder kann man 5% nicht selber einbauen, oder wir können halt noch lernen. Na gut, lassen wir es mal so. Damit ist Orans Waffe zumindest ein bisschen stärker. Am besten muss ich auch mal zwischendurch gucken, ne? Gibt es da irgendwas Neues, was ich vielleicht mal erlernen sollte? Eigentlich nicht, ne? Das ist die Frage, ob ich die einen Zaubern halt gebe. Ich meine, Exion hatte schon Blitzra. Also es wäre ganz cool, wenn Ifrit natürlich Feurer hätte, denke ich. Das wäre super sinnvoll. Das würde ich auf jeden Fall anstreben. Aber ich glaube, das kann er nicht noch nicht machen, ne? Interessanterweise habe ich Feurer gar nicht als Option hier. Kann er schon Feurer, neuerdings? Eigentlich doch nicht, ne. Das heißt, ich hätte jetzt behauptet, das heißt, dass ich das noch nicht habe, was ich für Feurer brauche. Aber das kann irgendwie gar nicht sein, weil ich das Feuer ja auch sehen kann. Aber vielleicht, weil ich die Bautschuze mal hatte. In der Story oder so. Hm. Wahrscheinlich müssen wir noch das finden, was das sozusagen freischaltet, das Item. So, und Valfaris... Valfaris ist nicht wirklich eines der Elemente, ne? Valfaris ist irgendwie gefühlt Wind. Ich könnte ihm Wasser geben. Ich weiß nicht, ob es eine Wasserwestie in diesem Spiel gibt. Ich gebe ihm mal Wasser. Valfaris ist immerhin auch eine stärkere Attacke. Was auch relevant, weil Valfaris generell ein bisschen mehr magische Kraft hat, glaube ich, als physische Kraft. Hm-hm. Was für Nessen für Gestalten, ja, die sieht unangenehm aus. Du denkst, dass du wiederum wirst, ja? Haha, ja. Oh. Du wirst es sehen, wie wir da kommen. Das waren ja ein paar relevante Fragen von Titus, ne, aber seine Vorschutung von Geistern war unheimlicher, als das, was ich mir vorgestellt hätte. Wirst du nicht kommen? Hm. Ich bin nicht da. Hm-hm. Hm-hm. Du bist Angst. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Pyreflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Hm-hm. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Ja gut, Riku wahrscheinlich einer dieser Charaktere sein, die nach außen hin diese Fröhlichkeit haben und irgendwas Schlimmes erlebt haben, weswegen sie so fröhlich tun. Ich bin mal gespannt, was dahinter steckt bei ihr. Ich bin mal gespannt, was dahinter steckt bei ihr. Bis später. Aber noch dieser Zeitpunkt. Orin möchte auch nicht mit. Du bist immer noch hier. Ja, ich mache mir Gedanken um euch beiden. Ja, darf ich das nicht? Na ja, gehen wir nach oben. Ein seltsamer Ort. Sein Bruder nehme ich an. What the? The Farplane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they look so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymours proposal. Tut sich das nicht eh schon. Eh? Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, ya? Sorry. I know you won't hold it against me. Eh, I gave up the game. I'm a guardian from here on, you know? Huh? Wow. Es ist auch ein cooles Schwert. Wenn ich jetzt aufrüsten würde, für mich wäre ich noch happier. Dann würde ich sie wieder ausrüsten. Moment. Wurde das vielleicht gerade aufgerüstet? Soll ich mal kurz gucken? Oh! What the fuck? Ja, wurde es. Alter, das hätte man auch verpassen können, oder? Das ist ja nicht irgendwie was reingeflogen oder sowas. Habe ich irgendwie erwischt, dass so ein Stückchen von ihm jetzt da reinfliegt oder so. Aber ne. 15% mehr Angriffskraft, Nässe, also Wasserschaden, finde ich sehr nice ehrlich gesagt. Und Durchschauendes mit drinnen, also Analyse. Gib her. Bruder, jetzt wieder die Main-Waffe habe ich gehört. Er ist tot und ich bin noch immer wieder. Das kommt hier wirklich klar. Ich sollte mehr auf was ich jetzt machen muss. Was? Ich bin noch nicht sicher, was ich sage. Ich sage nicht, dass du dich schaffst, Schaffst du nicht? Ich bin sicher, dass er ein guter Mann ist, aber nicht mehr andere. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Hm. Wie geht es mit Waka? Was, ich mit Waka? Ja, ihr zwei gut geht. Ich bin noch gut. Ich bin noch nicht in Wakaal. Ich bin noch nicht in Wakaal. Ich bin noch nicht in Wakaal. Oh, sorry, mein Fehler. Du bist gut, dass du das mal genau an erinnern kannst. Wissen ein bisschen über Frauen kann kommen, dass du da kommt. Ja, ich bin noch an erinnern. Ich werde mich nicht vergessen. Ich werde mich nicht vergessen. Tschüss, Cha-Poo. Du hast immer gesagt, dass ich schaffst. Aber sie waren die glücklichsten Tage meiner Leben. Hm. Also, Yuna? Ich habe entschieden. Oh, wirklich? Das ist gut. Ich erinnere mich, als ich nur 7 Jahre alt war. In Bevelle, der Tag. Mein Vater hat Zinn verletzt. Und die ganze Stadt war in den Straßen. Jeder war lachen. Sie sahen alle so glücklich. Wenn ich Zinn verletzte, das würde alle glücklich machen. Würde es? Das... Ich muss machen, was jeder will. Nicht nur, was ich will. Wir gehen zurück. Du musst sagen, Seymour. Bevor das... Call, Sir Jack. Gib ihn mal. Huh? Keine Angst. Er wird nicht kommen. Ich versuche, nicht zu denken über meinen alten Mann, macht mich zu denken über ihn, natürlich. Sie hat gesagt. Er ist nicht hier, weil er nicht tot ist. Er ist Sin. Das bedeutet, dass er vivo ist. Wenn mein altes Mann wirklich ist Sin? Was würde ich sagen, Yuna? Ja... Für alle in Spira. Warte... Warum sollte ich ihn nicht zufrieden? Ich würde ihn nicht wiedersehen. Was machte du ihn so liefst? Alles, was er machte mich verrückt. Es war seine Schuld, dass ich und meine Mutter... was er nicht so liefst? Ah... Mom? Ah... Ah... Es ist sie. Sie ist sehr schön. Ah... 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 Aber... Ich habe ihn nicht mehr. Ah... Sie hat mir nicht verstanden. Sie hat mir gehalten, während sie noch nicht leben. Ah... Ah... Das ist meine Mutter, Sie sprechen. Oh... Ich bin sorry. Hm... Es ist okay. Ah... Ich denke, ich habe... einfach... Ich habe etwas herausgefunden. Was? Warum ich meinen eigenen Mann lieb. See? So habe ich gesagt, was ich dachte von ihm. Da. Was? Really? Of course. Ich glaube, aber... Mami! Just a sec, dear. Whenever mein altes Mann war, meine Mutter nicht sogar auf mich. Vielleicht ist das dann, dass ich ihn ausgesucht habe, sogar ihn liebte. Wenn er uns verlassen hat, Mom hat einfach ihre Energie verloren. Ist sie okay? Warum sollst du ihn? Wenn sie sterben, dann weiß ich was. Don't say Mom wird sterben! Ich entschuldige. Ich entschuldige. Die Frau neben mir sagte mir, wenn ein Laufbein stirbt, der 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 hintermacht ist, der 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 hintermacht ist, der nur gibt es leben, so kann es sein, so kann es sein. Es war einfach so. Ich liebte mein altes Mann noch mehr. Aber wirklich, mein altes Mann... Mami! Just a sec, dear. Ah, Kotlin. Du wirst rühren, wenn du nicht kommst. Oh man, I must sound so stupid I don't think so how embarrassing well need some more time no I'm ready did I miss something thanks for waiting I'll go give my answer to Meister Seymour gehandelt he does not belong here why you know send him Lord Jiskill he is Lord Jiskill no more send him I don't know talk later we leave now I don't understand how a man like Lord Jiskill can die and not be sent I would think that he was sent once but he stayed on spira something a powerful emotion could have bound him to this world such things happen that's against the rules isn't it it means he died an unclean death ne aber wieso kann man denn so einfach behaupten und sagen das ist nicht er es ist ja dann zumindest ein teil von ihm oder wenn es seine entscheidung war nicht ins abissum zu gehen weil er sich da auf irgendwelchen gründen gegen gewährt hat es wäre mich auch ein sehr seltsamer zufall dass gerade er hier raus kommt und nicht irgendjemand anders mit dem ja jeder sein könnte der da zufällig mal raus stolpert aber es ist so als ob sein will der auch dem tod hinaus ihn da noch mal raus getrieben hat hm als ob er was wichtiges mitzuteilen hätte oder so ne aber vor allen dingen auch dann steckt dann mehr dahinter als es einfach nur die teilchen sind die erinnerung widerspiegeln und es könnten trotzdem nur die teilchen sein die die erinnerung widerspiegeln aber dann hätten die erinnerung zumindest eine gewisse macht über die teilchen aber keine ahnung erst mal weitermachen ich will gehen mit meister seymour okay juna jisco ist die guado problem not yours um what so lulu what do you think about yuna getting married as long as the pilgrimage continues either way is fine that's it what if she doesn't even like the guy is that okay people marry for many reasons what's that mean sometimes marriage doesn't require love you know defeat sin and bring joy to the people of spira get married and bring joy to the people of spira for yuna they're just two ways down the same road all you need is determination if you have that you don't need love und 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 Ich will nicht, dass da irgendwas passiert und ich kämpfen muss. Hör mir. Wenn Yuna heiratet wird, dann... ich... Was? Das wieder? Ja. Wenn sie heiratet wird, möchte ich sie für Liebe heiraten. Siehst du? Aber wenn Yuna gesagt hat, dass sie diejenige, die sie liebt... ... ich muss aufhören. Huh? Uh, du hast nicht viel Sinn gemacht. Ich weiß. Wir bleiben bis bald Yuna zurück. Ich glaube, dass du bereit bist. Ich habe noch etwas Angst, was passieren wird. Hm. Ich schreibe mir gerade, was ich machen soll. Ich habe noch mit Lulu reden. Lulu? Ich habe genug über das gesprochen. Was? Ich bin sorry, vergiss einfach über das. Geh, grumpel. Du verstehst. Du verstehst. Einer dieser Tage. Ich will nur nicht sagen, es zu Worten zu geben. Nicht noch. Ich sollte das nicht sagen müssen, aber nicht in Liebe mit ihr. Hm. 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 Ich muss einfach sagen, und in dich, Lulu? Interessant. Ich glaube, ich könnte dich zu meiner Liste. Ich wünsche dir gute Glück, kleine Junge. Wir werden es brauchen. Ja, ich glaube, Tidus hat eher Gefühle für Yuna, aber ich fand die Antwort einfach unterhaltsamer. Ja, das wissen wir schon. Für Wasser? Ja. Ja. Wo ist Kimari eigentlich? Und wo ist Riku? Ach, Riku ist hier. Wenn wir hier weggehen, müssen wir über die Thunderpläne gehen, du weißt? Da ist die Mario mit reingegangen. Es würde mir auch Sinn machen, dass er mit reingeht, weil er eigentlich nicht ihre Seite verlassen würde, aber sicher bin ich mir da jetzt gerade nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich gerade tun soll, ehrlich gesagt. Verlassen kann ich den Ort bestimmt nicht, das wäre jetzt absolut... Letztes Mal war hier kein Speicherpunkt. Interessant, dass Speicherpunkte auch hinter mir spawnen können. Ja gut, ich soll jetzt aber nicht hier hinlang, das kann nicht sein. Ich bin überrascht, dass ich rausgehen durfte, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht erwartet. Ja, wie das enden soll. Ich rede auch mit allen. Ich bin ein bisschen... Nein. Ich wundere, ob wir... Wir bleiben so schnell wie du... Ja, ich weiß, ich... Ich kann ja nicht rein, ja? Nee. Dieses Spiel hat manchmal so Momente, wo ich nicht genau weiß, was das Voranschreiten triggert. Und das ist gerade wieder der Fall. Ich gehe mal in irgendein Gebäude rein. Und gehe dann wieder raus. Hat das jetzt irgendwas getriggert? Soll ich vielleicht dahin gehen, wo es zur Donner-Ebene rausgeht? Oder Steppe, oder wie immer das Ding hieß? Tatsächlich... Was? War die Frau nicht mit dir mit dir? Nein. Sie ist in Seymours. Das ist Meister Seymour. Oder Lord Seymour. Oh, ich werde vorsichtig sein. Entschuldigung. Das ist alles gut. Oh. Meister Seymour hat Guadosalam ein kurzer Zeit vor. Sind Sie wirklich? Ich glaube, er ging zum Tempel in Makalania. Meister Seymour ist auch der höhere Priester des Tempel. Wow! Ich muss den anderen erzählen. Dann können wir lange warten. Lord Jisco, bitte sag mir. Was kann ich tun, um zu helfen? Yuna! Los geht's! Sie sagen, Siemour sie in Makalania sind ein Tempel. Makalania ist ein Tempel. Ich? Was ich nicht verstehe ist, warum würde der Lord Maester ausgehen, ohne jemandem zu schlafen? Vielleicht hätte er nicht erwartet Yuna's Antwort so schnell. Ah, das ist wahrscheinlich das. Yuna, was ist es? Oh, nichts. Hm, du bist ein peiner Lüge. Es ist wahr, es ist nichts. Komm, los geht's! Ich würde das nochmal speichern, weil ich nicht weiß, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Und diese Ebene anscheinend gefährlich ist. Zumindest ist Riku nicht begeistert davon, dass wir dahin gehen, ihrem Tonfall nachzuurteilen. Die Donnersteppe. Oh, nein. Wir sind hier. Ah! Wie müssen wir das durchführen? Verstehst du die Leitlinge Towers? Die Leitlinge wird von ihnen gebracht, hoffentlich. Hoffentlich. Wir gehen zu Nord, nicht zu nahe und nicht zu nahe von den Towers, ja? Das bedeutet, dass wir die Leitlinge entfernen müssen. Ah! Ah! Ich glaube, ich habe etwas in Guadal-Salam vergessen. Schön, dich zu wissen. Okay, okay, ich gehe. Sollte stets Schutz suchen. Und hier ist mein Speicherpunkt. Wow. Wenn hier noch keinem Blitzblatt in der Nähe ist, kann man mit B Blitzeinschlägen ausweichen. Das muss man in dem Moment, in dem der Blitz aufleuchtet, B drücken. Und unterbrochen B zu drücken könnte allerdings gefährlich sein. Schade. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Shit. Das ist vielleicht eine angenehme Reise. Ja, danke. Spielen. Okay. Truhe. Ich habe es gesehen. Ich habe B gedrückt. Da war ich wahrscheinlich zu früh gedrückt. Ich nehme mal ein Anführungsweiter. Wir nehmen dadurch Schaden, ja? Dann bin ich entweder dieses Mal ausgewichen. Ja, ich bin nur ausgewichen. Oder das war noch ein... Das war ein Ausweicher. Okay. Stressig. Das wird auf jeden Fall stressig. Also der Blitz schlägt gar nicht einmal hier nebenstehe, hm? Ich hätte gerne gewartet, bis der Einstieg loszulaufen, aber... Oh, ein Kampf. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass ein Kampf kommt. Bitte, mach es nicht rum. Äh, klauen wir doch mal den Teilchen Gold irgendwie, was? Wir konnten nämlich schon... Diesen Eis-Pulling ist im letzten Gebiet. Konnte ich nämlich, ähm... Kältehauke klauen. Ich denke mal, dass diese Elementargegner uns besonders viele Attack-Items geben. Und die brauche ich so ein bisschen für Riku, ne? Elektro-Kugel. Ja, klingt gut. So. Hm. Erstmal gibt es Auge. Das ist fies. Glitzra, wow. Autsch. Brauche ich schon Wasser, oder reicht es noch Wasser? Wasser reicht nicht mehr. Okay. Gut zu wissen. Jetzt hat der noch so dabei. Mal gucken. Auch eine nette Kugel, okay. Die kann man schon gut hier farben, die Kugeldinger. Ja. Ja. Greif mal normal an. Jetzt musst du auch ein bisschen üben, glaube ich. Macht nämlich fast kein Damage, ich weiß. Aber ich glaube, nur so kann ich bei ihren... Ja, ich... Ich frag mich halt, wie man diese anderen Ekstase-Arten freischallt. Die schätze momentan, es hängt davon ab, was man macht. Das heißt, wenn sie wahrscheinlich oft angreift, kriegt sie vielleicht auch immer diesen Angriffsbevorteil. Wäre natürlich geiler, wenn sie Ekstase bekommen würde, auch was klauen. Das wäre auch cool. Aber es würde auch nur einmal funktionieren im Bossfall, schätze ich mal. Schwere Überlegungen. Es wäre halt wichtig, mit ihr was Gutes zu haben. Mit dem sie leicht und kontinuierlich ihre Ulti aufbauen kann. Das wäre wichtig für sie. Und wahrscheinlich wäre angreifen nicht das Beste. Das wäre jetzt für eine Option, aber nicht das Beste. Weil ihre Angriffe sind echt schlecht. Hat man gerade gesehen. High Potions. Okay, dann speichern wir nochmal, was nochmal eine Heilung wert ist. Und dann geht es richtig los hier auf der Ebene. Vor allem, weil ich eben die Ecken absuchen möchte. Weil da könnten Schätze sein. Hier zum Beispiel. Da ist ein neuer Gegner bei. Ralvor. Mondschleier geklaut. Ich weiß nicht warum. Aber ich möchte diesen Ralvor eben Dragon an. War nix okay. Hätte ja sein können. Imi sieht ja da komisch aus. Ui. Ja, das haut rein. Also ich muss ihn auch angreifen lassen. Aber er muss auf jeden Fall durch normale Angriffe das vollkriegen können. Er hat auch Blitz rein. Okay. Dann bist du auch gegen den Wasser schwach. Und ziemlich tankig. Oh, die heilen sich selber mit Blitz. Die sind auch klug. Und die werden magisch stärker. Also die pumpen ihre eigene Magie auf. Das ist übel. Das möchte ich nicht. Okay, die sind ein bisschen gefährlich. Ich hatte die anderen. Alles klar. Level-ups. Hier ist gar nix. Ah, ich habe es gesehen. Aber ich habe vorher schon gedrückt. Alter, der war aber schnell. Okay, da ist noch neue Exe dabei. Machen wir auch mal zusammen. Gucken wir mal was Diesel hat. Ein Mörgin. Eine Goldnadel. Halt, steinern. Wahrscheinlich kann er auch versteinern. Au. Starm. Einmal Wasserer für dich. Oh. Das wird eher so. High Potions. Okay. Noch eine gute Heilung für uns. Also mehr kann ich da nicht. Und eine gute Gelegenheit nochmal zu speichern und zu heilen bevor wir weiterziehen. Ein Konfussschild. Bestimmt welcher ist der Ebene was übersehen, weil ich hier nicht jeden Winkel 50 mal angucken werde. Aufgrund der Blitze. Mal gucken. Wenn ich schon wieder der Gelehrte im Hinterhalt. Mach mal ohne euch. Kein großes Thema. Lulu ist halt sehr wichtig hier, weil die ganzen Gegner halt wasserschwach sind. Und viele von denen auch nur damit zu bekämpfen sind vernünftig. Boomer Blitz ist wahrscheinlich eine Blitzwaffe für sie. Braucht sie nicht. Was machen die Steinchen da? Die leuchten. Naja. Encounter des Todes. Ein neuer Gegner ist dabei. Muss beschwören? Mach keinen. Doch, warte mal. Weil Pharis hat ja zumindest ganz viel Wasser gelernt. Und es tut nicht schaden, die Waffe sag ich schon, die Leiste ein bisschen zu erhöhen von ihm. Und es tut nicht schaden, die Waffe sag ich schon, die Leiste ein bisschen zu erhöhen von ihm. Wasserzeichen, alles klar. Hier sind alle wasserschwarte Gegner hier, außer er da hinten. Ixium würde auch gut funktionieren hier. Nicht gut sein Zaubern, aber ich glaub Blitz würde er wahrscheinlich absorbieren, ne? Das würde ihn heilen. Gehe ich mal stark von aus. Danke dafür, Walpharis. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein leuchtender Kaktor. Mann, ich wollte mich ganz konzentrieren. Okay. Ähm. Kommt jedes Mal mit, wenn ich in die Nähe von dem Ding laufe? Ne. Ein seltsam leuchtendes Monument. Okay. Das ist wohl wahrscheinlich noch nicht relevant für uns. Boah, daran bin ich nicht gut. Boah, daran bin ich nicht gut. Okay. Weiter geht's. Okay. Well, hello there. Would you like to hear about this place? Very well. Let me tell you about the crossing. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built tires that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Thank you. Bilgen was building that tower over there. When he was struck and killed by lightning. Da. I love you, sir. I must say. What a deep points. I'm gonna have to be fixed up by lightning rods. I have no way to look. I am Wilbur, so now I have to go to my back. What a great point. You should be able to get it. In the way. I must go. The way I am to go. When I was to go. No way. I got to do something I need to lift. The way I am. The way I am. ich habe das wasser geachtet man selbst schuld ich weiß okay kurz ein bisschen heilen mit jonas zaubern wobei nehmen ich wollte eigentlich die normalen potions immer aufbrauchen weil sogar den direkt nicht mehr ich ein bisschen ihr mann erschienen das reicht mir schon wieder danke dd hi there is it true i heard that meister seymour and lady yuna art beware it's such great news i have to tell everyone would you hear that from the guado they were very excited i'm afraid you heard a little wrong units going to turn it down na ja wir wissen das nicht wirklich ne ich finde es auch unruhigend dass ein gerücht schon die weg gesetzt wurde weil das durch den druck auf sie das dann auch zu machen noch weiter erhöht aber beide antworten sind blöd weil wir wissen es nicht aber ich sag mal war nur spaß videos sagt das jetzt nicht aus solchen guten gründen sondern einfach nur weil er wahrscheinlich einfach so wichtig ist also da sich ein bisschen raushalten also war nur spaß so ich würde sagen diese ebene ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger machen wir die beim nächsten mal weiter ja ich danke euch fürs zusehen bis denne und bei bei bei